Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Zumindest in einem Punkt hat diese Koalition geschafft, was vor ihr noch keiner Bundesregierung gelungen ist. Obwohl sie gerade mal oder weniger als ein Jahr im Amt ist, gibt es mit Ausnahme der beteiligten Personen wahrscheinlich niemanden in diesem Land, der nicht auf ihr baldiges Ende hofft. Die Bevölkerung hat die Koalition satt, weil sie mit ihren schlechten Kompromissen und gegenseitigen Blockaden erkennbar nicht in der Lage ist, die wirklichen Probleme der Menschen zu lösen. Ja, und die Konzernlenker und Finanzmaviosi, die hoffen natürlich längst, dass mit Friedrich Merz bald einer der Iren ins Kanzleramt einzieht, der dann ihre Wünsche weit bedingungsloser und rücksichtsloser erfüllt als das aktuelle Kabinett. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, genau diese Art von Politik können wir uns immer weniger leisten. Schauen wir uns doch die Herausforderungen an, vor denen wir stehen. Der Einbruch der deutschen Wirtschaft im dritten Quartal zeigt an, dass es mit der Konjunktur bald nicht mehr so laufen könnte wie in den letzten Jahren. Auch weil die ständigen deutschen Exportüberschüsse gegen Reaktionen geradezu provozieren. Um den Binnenmarkt zu stärken, brauchen wir aber dringend höhere Löhne, bessere Renten. Und wir brauchen eine Regierung, die in Sachen öffentlicher Investitionen endlich ihre Aufgaben erfüllt. Und das tun sie nicht, auch wenn sie hier immer so tun, als wäre das so. Und auch auf den Finanzmärkten ziehen längst wieder dunkle Wolken auf. Die Diskrepanz zwischen Verschuldung und Wirtschaftsleistung ist global weit größer als vor der letzten großen Krise. Und trotzdem haben sie es bis heute versäumt, die Spekulation einzudämmen und die Banken zu zwingen, die Ersparnisse der Bürgerinnen und Bürger abzusichern. Aber wir brauchen dringend eine Regierung, die das nachholt. Und nicht einen Finanzminister, der jetzt auch noch die Finanztransaktionssteuer kalt beerdigt, weil er alle die private Geschäfte komplett ausklammern will. Was ist das für ein Kotau vor der Finanzmafia? Die Digitalisierung ist inzwischen ein Modethema. Wir haben es ja heute auch wieder hier gehört. Aber am eigentlichen Problem wird zufällig vorbeigeredet. Und das Problem ist, dass der Mensch eben nicht im Mittelpunkt stehen kann, solange diese Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts fünf Monopolisten aus dem Silicon Valley überlassen wird, die längst einen globalen Überwachungskapitalismus aufgebaut haben, wo sogar Orwells schlimmste Befürchtungen in den Schatten gestellt werden. Und deswegen brauchen wir, wir brauchen eine Regierung, die diese Enteignung der Privatsphäre endlich gesetzlich stoppt. Und wir brauchen digitale Plattformen in gemeinnützigem Eigentum, weil Wettbewerb eben in diesem Bereich nicht funktioniert wegen der Netzwerkeffekte. Auch Klimawandel, Raubbau und unseren Ressourcen, all das bedroht unsere Zukunft. Aber wer dem Einhalt gebieten will, der muss schleunigst aussteigen aus einer Wegwerfwirtschaft, in der marktbeherrschende Konzerne es sich leisten können, Produkte extra so zu konstruieren, dass sie schnell kaputt gehen und dass sie sich möglichst nicht reparieren lassen. Und deswegen brauchen wir eine Politik, die innovative Technologien, die kreative Firmen fördert, statt Subventionen an die bestvernetzten Großunternehmen zu verteilen. Und eine Bundesregierung, eine Bundesregierung, die in Brüssel strengere Abgasnormen verhindert und deren Regierungspartei CDU sich das von den BMW-Eigentümern Quandt mit einer Großspende von 700.000 Euro bezahlen lässt, eine solche Regierung ist nicht nur ein klimapolitischer Blindgänger, sondern steht auch für genau die Art geschmierter Politik, die viele Menschen an der Demokratie verzweifeln lässt. Und auch die geopolitischen Gefahren wachsen. Dass Donald Trump nach dem Iran-Abkommen jetzt auch noch den INF-Vertrag kündigen will und damit eine neue Welle atomarer Aufrüstung auslösen könnte, das ist eine ernste Gefahr für den Weltfrieden. Und es ist vor allem eine Gefahr für die Sicherheit hier in Europa. Und diese Zumutungen, die müssen doch endlich durch eine selbstbewusste europäische Friedenspolitik beantwortet werden. Aber dafür brauchen wir eine Bundesregierung, die den Mut hat, die Entspannungspolitik Willy Brandts wiederzubeleben. Und nicht eine, nicht eine, die sich in Macrons Planspiele für eine europäische Interventionsarmee einklingt, bei denen es nicht zuletzt darum geht, den Parlamentsvorbehalt für neue Kriegseinsätze auszuhebeln. Und Frau Merkel, Sie haben ja vorhin sehr engagiert über Migration gesprochen. Und Sie haben über die vielen Kriege auf dieser Welt gesprochen. Ja, wo kommen denn diese Kriege her? Wer munitioniert denn diese Kriege? Das ist doch nicht zuletzt Deutschland mit den Waffenexporten. Und da waren die Auslöser oft genug, auch Rohstoffkriege westlicher Staaten, die Ausplünderung dieser Länder. Das sind doch die Ursachen. Tun wir doch nicht so, als sei Flucht und Migration etwas, wofür es keine politische Verantwortlichkeit gibt. Dafür gibt es politische Verantwortlichkeiten. Und deswegen gibt es Ursachen. Und die muss man endlich beseitigen. Und da würde ich von Ihnen mir mal Konsequenzen wünschen. Ich finde, wir haben uns viel zu sehr an die Unfähigkeit von Regierungen gewöhnt. Wie kann es sein, dass es in einem reichen Land nicht zu schaffen ist, oder angeblich nicht zu schaffen ist, Brücken und Straßen in einem ordentlichen Zustand zu erhalten und dafür Sorge zu tragen, dass auch ländliche Regionen Zugang zu schnellem Internet und gutem Funknetz haben. Und das, was hier gerade wieder gesagt wird, das haben wir doch vor drei, vier, fünf Jahren alles auch schon gehört. Und trotzdem ist es nicht besser geworden. Und wie kann es sein, dass Sie nicht in der Lage sind, alte Menschen vor Armut zu schützen oder allen Kindern eine gute Bildung zu ermöglichen, aber ausgerechnet für die Beschaffung von Waffen und Kriegsgerät schon wieder 4,7 Milliarden Euro obendrauf legen, drauf auf einen Rüstungsetat, der schon in den letzten Jahren unverantwortlich schnell gewachsen ist. Das ist doch eine irre Politik. Meint diese Koalition wirklich? Meinen Sie wirklich, dass zufriedene Rüstungslobbyisten wichtiger sind als zufriedene Wähler? Wenn Sie das meinen, dann muss ich sagen, es ist wirklich kein Wunder, dass es mit solchen Parteien bergab geht. Und nun gebe ich ja zu, ich gebe ja zu, es schmerzt uns nicht allzu sehr, wenn die Union Wähler verliert. Aber was uns wirklich ein Rätsel ist, ist die Strategie der SPD. Ich meine, es ist keine zwei Wochen her. Da haben Sie auf Ihrem Debattencamp absolut vernünftige Forderungen formuliert. Gegen Hartz IV, für eine Erneuerung des Sozialstaats, für eine Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Das finden wir gut, weil wir wären heilfroh, wenn wir in Zukunft für solche Dinge nicht mehr alleine kämpfen müssen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wenn Sie das alles auch nur etwas ernst meinen, wie können Sie dann diesem Rüstungshaushalt, diesem Aufrüstungshaushalt zustimmen, der dieses Land kein bisschen gerechter machen wird. Ich meine, wer soll Ihnen denn noch irgendetwas glauben, wenn Sie gleichzeitig an der Koalition mit der Union festhalten, mit der Sie garantiert keine einzige dieser Forderungen umsetzen können? Sie machen doch Ihre Glaubwürdigkeit immer mehr kaputt. Sie können die besten Dinge formulieren. Das nimmt Ihnen keiner mehr ab. Und ich finde, das ist traurig. Das möchte ich schon deutlich sagen. Unsere Nationalhymne, unsere Nationalhymne, die Sie ja alle gern singen, beschwert Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber wir leben nicht in einem einigen Land, sondern in einem, das sozial und zunehmend auch kulturell tief gespalten ist. Es gibt diejenigen, die vom aktuellen Wirtschaftsboom profitieren, und es gibt andere, an denen das Wachstum seit Jahren komplett vorbei geht. Und es gibt offensichtlich auch zweierlei Rechte in unserem Land. Eins für die normalen Bürger und eins für die oberen Zehntausende und die Konzernlenker, wo gemeingefährliche Betrügereien wie mit den Dieselabgasen komplett ohne Konsequenzen bleiben. Ich meine, die werden da lieber auf die Dieselfahrer abgewälzt, denen inzwischen sogar auf einer Autobahn Fahrverbote drohen. Und diese Regierung schaut zu und erklärt sich für nicht zuständig. Wie blamabel ist das denn? Oder wenn kriminelle Bankster mit windigen Finanzgeschäften die Steuerzahler ausplündern, da stehen die Finanzminister jahrelang Schmiere. Stellen Sie sich mal vor, ein Kleinunternehmer hätte das gemacht, was mit Cum-Ex Generalstabsmäßig abgelaufen ist. Rechnungen für Dinge bei der Steuer einreichen, die er gar nicht besitzt, sondern sich nur kurzfristig ausgeliehen hat. Und diese Rechnungen dann auch noch fleißig kopieren und alle seine Kumpel animieren, dass sie die auch noch einreichen und sich Steuern erstatten lassen, die sie nicht gezahlt haben. Ich wette mit Ihnen, der Mann säße binnen Wochen, spätestens binnen wenigen Monaten im Gefängnis. Die Cum-Ex-Betrüger dagegen, die haben uns über viele, viele Jahre, haben sie den Steuerzahler um Milliarden geprellt, allein in Deutschland um 32 Milliarden. Aber keiner von Ihnen wurde bisher in Handschellen abgeführt. Und noch nicht mal hat man Ihnen das Geld wieder abgenommen. Was ist denn das für eine Politik? Und dann wundern Sie sich, dass die Menschen nicht nur an der Demokratie, sondern auch am Rechtsstaat zweifeln. Ja, und die Freiheit? Wie frei ist denn eine Gesellschaft, in der die meisten, die in arme Verhältnisse hineingeboren wurden, dieser Armut lebenslang nicht mehr entkommen? Die Hans-Böckler-Stiftung hat es doch gerade noch einmal belegt. Wer in Deutschland einmal unten ist, der bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit unten. Und wer dagegen reich geboren ist, der hat beste Chancen, sein Leben im Luxus zu genießen, ohne dass er irgendetwas Relevantes dafür leisten muss. Ich finde, das sind feudale Verhältnisse. Und das hat mit den Ansprüchen einer sozialen Marktwirtschaft nichts zu tun. Sie haben, Frau Bundeskanzlerin, in der ersten Regierungserklärung in dieser Legislatur viel vom sozialen Zusammenhalt gesprochen. Aber genau diesen Zusammenhalt, den hat doch die Politik der letzten Jahre zerstört. Deutschland hat sich verändert. Und zwar in eine Richtung, die vielen Menschen Angst macht. Das Klima ist rauer, kälter und aggressiver geworden. Und das ist letztlich das Spiegelbild der Kälte und Rücksichtslosigkeit, die sich in unserer Gesellschaft und vor allem in der Arbeitswelt ausgebreitet haben. Es ist doch bekannt, wie heute bei Ryanair, bei Amazon, bei der Deutschen Post und in vielen anderen Unternehmen mit Mitarbeitern umgesprungen wird. Und es sind Ihre Gesetze, die das möglich machen. Die möglich machen, dass Menschen in schlecht bezahlten Jobs gedemütigt werden. Oder dass sie als Leiharbeiter und Dauerbefristete der Willkür ihrer Arbeitgeber in besonderem Maße ausgeliefert sind. Die möglich machen, dass Arbeitslose im Jobcenter schikaniert werden, als würden sie um Almosen betteln. Und dabei handelt es sich oft um Menschen, die jahrelang geschuftet und in die Sozialversicherung eingezahlt haben. Und wenn Sie wissen wollen, wie das Leben für viele Menschen jenseits der kernsanierten Wohlfühlzonen aussieht, dann lesen Sie die vielen tausend Einträge unter dem kürzlich gestarteten Hashtag unten. Da geht es um Abstieg, um Ausgrenzung, um Demütigungen und um Zukunftsangst. Auch der FDP würde es mal gut tun, da reinzugucken. Auch das, auch das, auch das ist Deutschland. Aber diesem Deutschland geht es nicht gut. Und dieses Deutschland muss sich schlicht verhöhnt fühlen, wenn es Ihre schönen Wetterreden hört. Und ich finde, wir brauchen eine Regierung, die sich diesen Menschen wieder zuwendet, die den Sozialstaat erneuert und damit Sicherheit und Planbarkeit in ihr Leben zurückbringt. Und ich fand es schon bedauerlich, Frau Merkel, dass heute in Ihrer gesamten Erklärung die soziale Frage und die Situation, die Lebensängste der Menschen in diesem Land überhaupt keine Rolle gespielt haben. So können wir doch nicht weitermachen. Wir brauchen keine weitere Senkung des Arbeitslosenbeitrags. Wir brauchen eine Wiederherstellung einer soliden Arbeitslosenversicherung. Und wer mittlere und untere Einkommen entlasten will, ja, der kann doch den Weg Österreichs gehen. Da zahlt der Arbeitgeber zur Rentenversicherung mehr als zwei Prozentpunkte mehr als die Arbeitnehmer. Und wenn dann noch alle Einzahlenden in die Rentenkasse, auch Selbstständige und Beamte, dann müsste niemand mehr Angst vor Altersarmut haben. Oder schauen Sie sich den Wohnungsmarkt an. Es gab mal eine Zeit, da wurde die Bereitstellung von Wohnraum in unserem Land als öffentliche Aufgabe begriffen. Dann wurde ein Großteil der Wohnungen an private Immobilienfonds verscherbelt. Und das Ergebnis ist offensichtlich. Anstelle eines Grundrechts sind Wohnungen heute ein beliebtes Spekulationsobjekt geworden. Und der Mietwucher führt nicht nur zu wachsender Armut, er führt auch dazu, dass ärmere und wohlhabende Menschen immer seltener in dem gleichen Wohnviertel wohnen. Und auch das zerstört den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Da haben Sie zu Beginn dieser Koalition pompös ein Heimatministerium geschaffen. Aber ich frage Sie, was ist denn die wichtigste Basis dafür? Dass Menschen eine Heimat haben, wo sie sich wohlfühlen können. Das ist doch ein sicheres Zuhause, wo sie wohnen können, ohne Angst zu haben, von der nächsten Mieterhöhung verdrängt zu werden. Also, Herr Seehofer und Frau Merkel, darum könnten Sie vielleicht mal sich kümmern, wenn Sie ernsthaft mit Heimat etwas im Sinn haben wollen. Und eine vernünftige Wohnungspolitik, die würde noch nicht mal die öffentliche Hand so viel mehr Geld kosten. 17 Milliarden werden heute bundesweit dafür ausgegeben, mit Wohngeld- und Wohnkostenzuschüssen den Menschen die explodierenden Mieten etwas erträglicher zu machen. Und statt so mit öffentlichem Geld am Ende die Taschen der Miethaie zu füllen, wäre es doch weit sinnvoller, einen sofortigen Mietpreisstopp durchzusetzen und die eingesparten Milliarden für ein neues Wohnungsbauprogramm in öffentlicher Regie und in Rückkauf kommunaler Wohnungen einzusetzen. Aber dass Sie solide wirtschaften können und sparsam mit dem Geld der Steuerzahler umgehen, das gehört ja sowieso zu den großen Fake News Ihrer Politik. Die Wahrheit ist, Sie spalten nicht nur unser Land, Sie sind auch noch besonders teuer mit Ihrer Politik. Da fördern Sie überall bei Bauvorhaben, Autobahnen oder Schulsanierungen sogenannte öffentlich-private Partnerschaften, wobei die Partnerschaft regelmäßig darin besteht, dass die öffentliche Hand gemolken wird und die privaten Investoren risikofrei dicke Renditen absahnen. Und deshalb sind solche Projekte immer teurer, als wenn der Staat selbst investiert. Und trotzdem fördern Sie das mit ungebrochener Begeisterung. In vielen Verwaltungen fehlt qualifiziertes Personal. Es fehlen Polizisten auf den Straßen, es fehlen Erzieher, Lehrer, Sozialarbeiter, Pflegekräfte. Und dabei wäre schon einiges gewonnen, wenn das Geld, was etwa für die Pflege bereitsteht, vollständig dafür eingesetzt werden könnte, qualifiziertes Personal und anständige Gehälter zu bezahlen, statt, wie das heute der Fall ist, auch noch die lukrativen Gewinne der Finanzinvestoren mitzufinanzieren, die immer mehr Pflegeheime übernehmen. Krankenhäuser sind keine Profitcenter. Und wir sind überzeugt, hilflose alte Menschen und deren Pfleger Rendite hungrigen Hedgefonds zu überlassen, das ist einfach nur schäbig. Und in Ihren Ministerien das gleiche Elend. Statt auf eigene Beamte zu vertrauen und die entsprechend zu qualifizieren, holen Sie sich die Leute von Goldman Sachs und McKinsey ins Haus, die teures Geld kosten und wohl kaum das Gemeinwohl im Sinn haben. Wohin die Krise der Demokratie und die Zerstörung des sozialen Zusammenhalts führen, das können Sie hier auf der rechten Seite des Parlaments besichtigen. Da sitzt das Ergebnis Ihrer Politik. Und es ist schlicht unehrlich, wenn Sie sich hier immer mit großer emotionaler Geste über die AfD aufregen und gleichzeitig die Politik, genau die Politik fortsetzen, die diese Partei erst stark gemacht hat. Schon in den 90er Jahren haben zwei sehr unterschiedliche Männer vor den Konsequenzen gewarnt, wenn große Teile der Bevölkerung sich nicht mehr politisch repräsentiert fühlen. Der liberale Darendorf hat 1997 darauf hingewiesen, dass die Globalisierung, Zitat, die Institutionen der Demokratie durch die konsequenzlose Kommunikation zwischen den Individuen ersetzt und deshalb ein Jahrhundert des Autoritarismus befürchtet. Und der Schriftsteller Stephan Heim, der als jüdischer Emigrant in der US-Armee gegen die Nazis gekämpft hat, der hat schon 1992 gewarnt, ich zitiere, ich bin gleich am Ende, wenn die Leute sich nicht artikulieren können, dann werden sie Häuser anzünden. Und wenn man ihnen nicht eine demokratische Lösung anbieten kann, eine Lösung, eine linke Lösung, dann werden sie nach rechts gehen, dann werden sie wieder dem Faschismus folgen. Und deshalb ist ihr weiter so nicht zu verantworten. Unser Land braucht dringend einen sozialen und demokratischen Neubeginn. Noch ist es nicht zu spät. Nächster Redner ist der Vorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Anton Hofreiter. Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Anton Hofreiter. Dr. Anton Hofreiter. Dr. Dominik Aun.